So, wir sind wieder total bekloppt unterwegs. Haben nix, aber wollen ja Benet-Mainplatten, die beschützt wird. Dabei haben wir den Alten. Jo, hallo. Den Finn. Moin. Caputa. Moin. Und irgendwo ist der Franz auch noch unterwegs, aber der ist nicht aktuell dabei. Genau. Schmups. Ups. Ja, ich muss mich nochmal orientieren. So, da ist die Miene. Hoffentlich passt das. Ich kick nochmal. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, sonst kommen wir in die Schussfrequenz. Wir haben nix, aber wollen haben. Oh Gott. Ja, ja, ja. Okay, jetzt kann ich auf die Miene zufahren. Nein, was geht denn ihr ab? Robbys und Zuppies und Zockies. Schütz einen, ja. Schütz wieder einen. Oh nein, zu rachsen. Und ich seh nix. Busch, ey. Geh weg. Ich glaub, die kommen hier nicht rein, weil das eine Fremdstruktur ist. Ich hoffe. Jetzt landen. Hm. Oder wir machen die erstmal von Hand weg. So schnell spawnen die Wilden nicht nach. Die sind wie die Tiere. P, Parkmodus. Wir sind im Parkmodus. Ich mach die Dinger dran. Wow, Frame, Frame, Frame. Äh, Dingestation ist dran. Medistation ist dran. Heilung geht klar. 32, 21 Frames. Läuft. Mitten im Gewitter ist auch Schiete. Pass auf, die sind direkt vor der Hausfläche. Ah. Irgendwas ist gerade zerschossen worden. Ja. Ah, hat mich gekriegt, der Sack. Was wird denn da zerschossen? Ähm, das Geschirr haben wir zerschossen. Ach so. Im Seiteneingang. Ach, ich dachte unser Schiff. Naja, weil immer keiner nach oben rennt, muss ich das doch wieder machen. Nächste Medistation. Klonkammer. Jo, ich bin am Schiffchen rausgekommen. Scheibengleister, Zyrax, direkt vor Tor. Oha. Ne, wir haben doch noch die Zyrax hier draußen, Leute. Ach so. Ja. Die gehen ja auf uns los. Die kommen rein, ja. Dringend heilen. Drohne. Niemand zum Bodengleiter gehen, wenn es geht. Okay, die habt ihr down. Die Drohne ist da oben. Weg. Boah. Viele Hände machen schnell ein Ende. Hier draußen noch was? Ja, da ist noch ein Lesi. Wenn ich ihn kriege. Mist. Deckung. Heilung. Da hinten ist noch einer. Shit. Nicht nachgeladen. Geh in Deckung. Ich hab ihn gleich. Down. 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 Da ist irgendwo noch einer. Jetzt hab ich natürlich keine Bandagen und so mitgenommen. Du bist so, komm hier rein. Ich hab welche da. Direkt am Baum. Komm hier um den Hände. Hab ihn. Moment. Wir haben eine Heilstation am Bodengleiter. Ach Mist, jetzt hat er mich wiedergekriegt, der Sack. Oh, ich hab auch gesagt. Wir haben eine Heilstation am Bodengleiter. Einfach. Gott sei Dank gibt es hier kein Spawn Limit fürs Wiederbeleben. Ähm, nicht weiter rauskommt. Nur noch den einen hier vor der Tür. Da draußen laufen noch mehr rum. Okay. Das ist echt super, dass die mich nicht angreifen. Ja, noch. Warum kann ich die eigentlich nicht benutzen? Der ist jetzt direkt am Eingang. Oh nee, der kommt noch ein zweiter. Ich bin wieder auf Schrotti. Was könnte der denn nicht angeboten haben? Bei der Klonstation. Oh, von hinten kommt's. Wer schießt denn nicht hier auf dem Zyrax? Was ist denn also? Wer läuft? Mann, der war schon fast tot. Wäre mein Kill gewesen. Nein, ist doch gut. Hinter dir, Skorpion. Ich hab die Klonstation schon massig ausgenutzt. So, ich geh gucken, ob da noch irgendwelche Zyrax. Hier liegt noch eine Kiste rum, wie mir hörst du. Bin ich. Schon weg. Die sind keine Zyrax mehr hier draußen. Nur noch weit weg. Gut, dann haben wir erstmal Ruhe. Können wir. Knallgas geben. So, ich hab Brote. Für einen Skorpion. Ja. Ich schätze mal, der ist eine Tausche tiefer. Okay. Dann ist ja gut. Denk dran, hier gibt's eine Heilstation, ne? Ja. Noch mal Heilskreuz nehmen. So, hier müssen wir noch einen Augenblick Zeit geben. Ich muss noch mal schneller umgehen. Ich hab noch nie ausgeschaltet, ja? Ich komm kurz mit. Ich hab das Vieh ja schon umgebracht hier. Achtung. Ich wollte es doch noch mal probieren mit der Waffe, naja. Achtung. Was jagt ihr denn da an die Luft? Den Durchgang, um schnell zum Chor zu kommen. So, ich guck mal, was der an HP hat, der Kasten. Der hat jetzt noch 20 HP. Ja. Ich hab noch ein C4. Ich könnte den damit plätten. Schieß drauf. Die geht nicht mit den Waffen. Ah, okay. Letztes C4. Achtung. Und die Tür ist auf. Ja. Andere Tür. Hier. Ich guck immer alle. So, und dann geht's ins Verderben. Kenn ich überhaupt nicht den Weg hier. Ja, der ist so geheim. Der ist durch die Geheimtür. So, und da unten ist... So. Und jetzt weiß ich gerade... Achtung, Geschütz! Auf deiner Seite auch eins. Alterchen, pass nur auf das Ding unter dir auf. Hier oben können wir uns sichern. Auf den anderen Dingern können wir nicht stehen, ohne Schaden zu kriegen. Jetzt fange ich gerade wieder an zu zweifeln. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das mit dem Kern war. Ich glaube, hier durch. Nach links. Ja, da durch. Und hier nach links wieder. Aufpassen, die rechte Seite ist Pfeiltür. Ja, ich laufe immer über die Schrägen. Ähm, nee. Ich hab's da aktiviert. Bist du doch... Ich bin hier. Ich kann's ja nicht lassen. Okay, wir sind am Kern. Ja, wir kommen hin. Ich komme jedenfalls hin. Kern weg. Alles unser. Vorna platt. Alles platt. Ähm, Plasma, Wafa, Hamza und 4 Wohrkame. So, jetzt haben wir ja noch alles gebraucht. Wir haben hier noch mit Skopion zu kämpfen. Glaube ich. Ah, hier sind Albträume. Die können ja seit neuestem die Treppen hoch, die Mistviecher. Bin ich wieder gefallen? Ah, hier sind auch Albträume. Ich bin schon wieder gefallen. Wie tief kann man denn fallen in dem Spiel? Danke. Keine Ursache. Ah, lass mich in Ruhe. Ach, hier hinter hat jemand. Komm, wir, wir gehen, wir nehmen den Fahrschul in da unten in den gefahrenen Bereich. Von da aus kann man kontrolliert da unten lang flitzen. Ich folge dir. Neues C4. Auf den Alphraum hier unten. Ach, schnell nach oben. Montage. Jetzt sind wir da lang. Hä? Ach ja, wir haben hier... Hm? Oh, das ist nicht gut. Das war nicht gut. Komm hoch! Zu viele Löcher im Boden, ey. Ne, ich bin nicht hochgekommen. Egal, der spawnt wenigstens gar nichts mehr nach. Ah, fuck, 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 fuck. Weg, 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 weg. Oh, die kommen hier in den Fahrstuhl hoch. Ja, die können seit neuesten so doofe Sachen. Oh, jetzt haben sie mich. Die können seit neuesten ganz komische Sachen. Auch Treppen hochlaufen, was sie früher nicht konnten. So, die Skorpione ja auch. Soll ich in der Klonkammer spawnen jetzt oder aktuell... Klonkammer. Die ist direkt hier bei uns. Dafür steht sie da, damit man nicht mehr irgendwo spawnt. So, und jetzt wieder runter. Mal finde ich den Weg jetzt dahin. Ja, man geht uns jetzt nicht auf Zerlegen. Puh. Auf Zug hoch. Ich hoffe, wir haben genug Frachtboxen an der Möhre. Oh, nein, Albtraum. Falsch. Weg. Wo bin ich denn hochge... Da ist mein Rucksack. Wer hat deinen Rucksack hast... Ich suche meinen Rucksack gerade. Das ging echt schnell. Das war mittlerweile doch der schnellste Raid, den ich hier gemacht habe. Wo ist mein Rucksack? Jeder weiß, wo er hin muss, was? Ja, Rucksack von Nix kaputter sehe ich, aber sonst... Also ich habe meinen aufgesammelt schon, alles gut. Dunkjahrt, Eisenerz. Und wo seid ihr beiden jetzt gerade? Also ich versuche wieder rauszukommen. Nach ganz oben. Ich muss mich entleeren. Habt ihr schon noch alles? Das sind tatsächlich die, 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 die Dratos nicht angebaut. Ja. Ja, tut mir auch leid. Du musst ja auch noch eine Kiste hier wissen, denn ich weiß nicht mehr wo. Na ganz toll. Mein Rucksack ist weg. Gott sei Dank ja nichts Besonderes. Ja. Aber ist ja nur dein Rucksack, nicht unser. Ja, aber da ist ja nichts Besonderes drin. Also wir haben ja noch nichts Besonderes. Naja. Plasma-Warfer. Ja, bist du direkt an die EP-Kiste gejumpt? Ja, fünf Kerne. Großen Generator. Ja, da ist ja nur ein Kursstreckenwurf. Jede Menge Sprengstoff. Ich war hinten nur bei dem. Der andere weiß ich nicht mehr, wo der ist. Wo bist du gerade? Hier oben, wo der eine ist in der Halle. Okay, komm mal zu dem Durchgang, wo wir... Ja, da hinten seh ich dich. Ach ja stimmt, hier hinten war der ja... Ach richtig, beim Fahrstuhl hinten durch war das genau. Pass auf, hier unten ist ein Vieh. Nein, wir müssen nach unten. Hau jetzt mal da unten den... Horror-Idiot-Pie da weg. Ich hab keine Waffen, nichts mehr. Sind neue oben im BG. Hier zwei Pistolen und so'n Zeugs. Krieg ich ihn nicht ins Visier her. Ja, ich hatte sowieso'n Hautparasiten, ja von daher. Den hatte ich auch. Wir sind aber weit gekommen, ohne zu sterben. Also, wir haben das Ding direkt zerlegt, ne? Ist da noch einer? Nein, hier unten ist keinem. Jetzt kommt einer. Hoch. Ich komm nicht hoch. Du musst auch Space drücken, nicht C. Ach, wirklich? Du bist doch ein dummer Hund, oder? Ich such immer noch... Mein Rucksack ist weg. Das ist irre. Der wird doch nirgends auf der Karte angezeigt. Voll. Oh, verdammt. Du scheiß Vieh. Ja, nee, der steht da und wartet direkt. Ja, ja. Oh, die können jetzt auch Kisten hochklettern. Verdammte Axt. Krass. Ah, ich glaub, der bugt gerade. Nee, der ist tot, aber... Alien 3. Ja. Alien bug 3, äh, hier. Komm, auf. Ja. Hier, direkt hier, wo ich vorstehe. Hier. Zwei Blöcke wegmachen. Jetzt hat er mich gekriegt und er ist selber fast tot. Es ist doch ein Witz. Rucksack der Alte. Sturmgewehr und vier Kerne. Nice. Cool. Jetzt muss ich mir nur noch Munition enggubbel sorgen. Was brauchst du für Munition? Gewehr, Munition. Ja, warte, ich schmeiß dem auch ein bisschen was hin. Ich hab hier, ich hab hier, warte, ich hol es noch, so ist es nicht. Äh, hier. Du kriegst die Hälfte von mir. Ja, besten Dank. Zieh dich, du's Kopf. Gut, sag du. Ach, die Kiste kommst du nicht hoch, ja? Endlich, ja. Na, endlich. Was brauchen wir? Strom spulen? Ja. Hab eine. Warum macht er die Kiste nicht immer gleich weg, wenn sie leer sind? Weil ich kein Abbautool hab. Das solltest du aber besitzen. So, mittlere Rüstung hab ich. Ja, war in meiner Kiste, war in meiner Hälfte drinne. Ich hab eine mittlere Rüstung jetzt endlich. Boah. So, 9999. Geht nicht. Kann mal jemand bitte den Sauerstoff hier rausholen? Dann ist zu wenig drin, dass es mindestens eine Flasche gibt, wenn du nichts kriegst. Ach so. Flugspulen. Ist da noch Sauerstoff oder was? Alle. Ich muss mal wieder hoch zum Schiff, das hat Sinn. So, gut. Dann haben wir das abgebot. Hier ist auch nichts mehr. Was haben wir hier? Das Ding mitnehmen. Hier sind noch zwei Küsten. Die sind leer. Toll. Ja, ich hab eigentlich nicht alles leer gemacht, aber irgendwo höre ich doch hier noch Altenträume. Hier ist noch einiges los. Ah, die Frames sind eine Katastrophe, ey. Habt ihr auch, ne? Ich hab jetzt 40. 30. Und wenn ich was abbau, leckt das manchmal. Das ist noch da, obwohl ich schon in der Tasche hab. Ja, zum Beispiel die Spielerfallen, die Sprengböden und so'n Zeug. So, das war's. Und wieder einer weg. Oh, hier ist auch nichts mehr dran. Die in der Lagerhalle sind alle leer. Ich bin dabei zu demontieren, aber ich hatte mich mit einem Skorpion Wettrennen geliefert. Ich hab jede Menge Waffen-Upgrades und sowas alles gefunden. Und endlich eine mittlere Rüstung. Kannst du das ausschalten, ja. Du musst mit der P-Taste versuchen, auf das Menü zu greifen und das auszuschalten. Äh, das war doch mal so ein Ausgang, oder? Ja, ich höre noch überall Skorpions, ey. Pass auf, hinter den Power. Aber ich hab, äh, jede Menge Einzelteile dabei. Es müssten sich, du hast einen Konstruktor drauf, neue Kisten bauen lassen. So, was noch? Erze und die Dinger hab' ich alles schon eingelegt. Haben wir alles abgebaut hier? Also, ich meine, leer gemacht, ja? Die Hauptkisten sind alle jetzt leer. Sicher? Wie viele EPIC-Kisten habt ihr geleert? Zwei. Drei gibt's. Dann weiß ich nicht, wo die dritte ist. In der Wand. Ich kenn nur, die eine in der Wand hab' ich gefunden. Eine in der Wand, eine hier oben auf einer Etage höher. Und wenn du sagst, dass noch eine dritte, dann weiß ich nicht. So, hier in der Kiste ist jede Menge Stuff, alter Mann. Du hast grad noch Neues dabei. Ich hab' noch was übrig. Mal gucken. Kommt auch schnell rein. Ja. Ja. So. Die haben den Einraumbord geleert oder? Ich weiß jetzt nicht, ob da noch eine ist. Ich hab' auch keine Ahnung, wo noch. Noch richtig Ahnung auch nicht. Ich weiß aber, dass drei da sind. Na, außer. Da ist ein Laserabteil. Bin raus. Dann geh' ich auch mal raus. Naja, ich meinte aus dem Menü, der alte Crafted jetzt noch Boxen. Ja. Wo ist das? Also, ich hör' noch irgendwo, Skorpion. Hm. Ach ja, genau. Unten im Alien-Bereich, wo die Alien-Blöcke sind. Die habt ihr auch weg, die Kisten? Ganz unten im Alien-Bereich. Ja. Da ist eine in der Wand drinne, wo du von diesem Bohrber- oder Bohrer steht. Da auf einer Rückwand war eine. Ja, das weiß ich. Ich hab' ne Fusionszelle. Warteschlange. Äh, war's offen? Nee. Schränke hat auch keiner gecheckt. Cool. Wo oben war ich noch nicht. Äh. Gerade erst geleert, ne? Wer weiß. Diesmal sind sogar beide Konstruktoren erhalten geblieben. Oszillator. Äh, du bist so nett. Ich versuch grad' nach oben wieder zu kommen. Es gibt in vielen Treppen, äh, Wänden Treppen. Äh, da ist der Skorpion, den wir suchen. In dem Schnellgang hat er sich versteckt, der Sack. Hallo, Caputo. Hä? Ah, wo kommst denn du her? Durch den Schnellgang. Ja, da kommt der raus. Na, uh, hier sind aber viele Löcher im Boden. Ah, stimmt. Hier, hier hinter. Hier ist der, ähm, hier ist noch eine. Beim Ventilator, den suche ich auch. Da ist er genau. Da. Da ist aber nur ein Roter. Da ist die Box. Xenon, Saskosium Bahn, Ariston Bahn, das war's. Ja. Da ist aber nur ein Roter. Ja, das ist nur ein Roter leider. Ja, dann sicher ist der immer, wenn man alle hüsten gleich abbaut, die man hier eben. Ja, hab ich ja jetzt auch nachträglich gemacht. Ich war vorhin nur auf Wanderschaft mit einem nervigen. Wo bist'n du jetzt wieder hin? Noch ganz unten. Hä? Du bist doch eben, hast du doch hier diesen Lüftungsschacht aufgemacht, oder? Ja, und dann bin ich noch ganz unten. Die unterste Ebene. Weil hier ist noch in der Wand Boxen. Ich weiß nur nicht genau mehr, wo. War das nicht so, dass hier noch... Also die Ebense hinter den zwei Gittern hab ich geholt, ja. Ja, hab schon, ja. Was hier, ne? Weil die kenn ich nämlich ganz gut. Und ganz unten, die Ebische, die hab ich auch raus. Und die Rote hinter den Dingern hab ich auch raus, die Weiße. Hinter dem, wie heißen die nochmal? Na, da wo die Änsten? Nee, ich hab keine Ahnung. Angst, warum die? Änstli take mir auch raus. Vielen Dank.